bei dem johann jetzt erst mal zwei minuten schönes lp in die länge gezogen hat weil er nicht auf dich werde ich nicht abkillen wollte und so dann würde ich nicht ehrenmann Johnny und Ehrenmann das sind zwei Wörter die eigentlich gar nicht zusammengehören ich bin ein Mann von großer Ehre ja ein ganz großer ein ganz großer die Lüge bist du Prozent Prozent er hat man ja wochen mein Kopf mehr Arie ist so gut ich bin da am Essen Prozent Kürtel nicht so gut wie niemanden Prozent auch nun wollen wir müssen wollen das fristen wir da Armin Schicks und er heißt schluss und meistens mit Putenbusscheiben und alle erbten Käse und allgeheuer Alkoholer Käse. Das ist keine direkte Bezeichnung. Emthaler Bergkäse. Der heißt Alkoholer Käse. Alkoholer Käse. Und über Schieß auch nicht. Okay. Ich bin es garantiert nicht. Da Johnny hat auch nicht geschossen. Ich habe nicht geschossen. Okay, Johnny ist. Donny ist im Freischuss abgegeben. Er sagt, er ist im Freischuss abgegeben. Okay, war nur Johnny. Die neue Rolle. Johnny. Ja, da wollten wir ja was machen. Programmierst du nicht, Brick? Programmier noch so eine... Ich muss kacken. Lass mich hier kacken. Donettenkontrolle. Was? Wie hat mich das mitgerissen? Wenn du jemanden kacken lassen sollst... Ey, du schießt die Raketenwerfe. Ich stehe neben dir und werde mitgerissen. Das hättest du ja auch denken können, ne? Da hat er einfach mit einem Schuss uns drei umgebracht. Ich auch. Ja. Schon eine stabile Person. Ja, wenn schon, dann alle. Ja, das waren ja leider nicht alle. Es hätte doch Skywalker gefehlt, da hätt ich gewonnen. Ja, da hätt ich... Da wären nämlich alle tot. Oh. Oh Gott, nicht schon wieder. Huh? A scanning life for killing people. Okay. Okay, killing people. Alter, du Höhle! Alter, du Höhle! Du hast... Wie hoch ist denn da die Wahrscheinlichkeit? Ein Viertel. Ja, ein Gaming ist halt ein Gaming. Nee. Du hast doch noch nicht mein Leben verloren gehabt, Johnny. Was wolltest du denn noch gainen? Das Blut seiner Opfer. Ich hab Gaming verstanden. Ich hab' nie gelesen. Ich bin Gamer, ich mach' nicht. Ich hab' nicht gelesen. Gamer machen alles, um zu gamen. Exakt. Alles. Alter, ich mach' nicht. Alter, Johnny ist übrigens... ...ilf... ...dieben Kasse... ...dieben Kasse... ...das ist wahrscheinlich echt. ...brügg ist tot, Johnny ist wirklich Traitor. Hey, wie viel Leben habt ihr denn alle? 184. Neue. 2. Ne, wieso nee. So, Prick. Sits doch bei der Seite. Was hast du denn gemacht? er jones traiter als falschen sehen was haben das für ein halbwert genutzt sei wieder von der Seite kommt der Eindruck ich würde ich auch du wurdest mit dem detective hat gemufft hat mit dem detektiv er ist jetzt wieder tot bricke ist es anscheinend nicht johnny ist es aber auch gar nicht johnny hatte mich wiederbelebt ich musste es tun aber johnny hat mich auf seine seite gezwungen ich musste gegen euch kämpfen ins resor das ist der heilige eis den mann geschworen hat wir haben einfach nur auf dich geschossen so wirst du darauf eh okay ist der abschluss freigegeben egal wie ich alles so bin danke übrigens einer ist schon gestorben eine ist schon tot einer ist tot jetzt sind zwei tot in der johnny gekillt das ist ja nicht so dass er nicht selber tot ist sagten dass er ihn getötet hat das ist jetzt die frage was hast du mit johnny getan das ist eine sehr gute frage was hast du mit johnny getan hat gesagt er ist trugelfrei wir sagen dass johnny schon lebt dass schon die schon lebt ich höre mich selbst zu johnny das wäre zu verrückt für mich das glaube ich ich möchte du bist der attack key ja ich bin lieb was ist der attack key warum schießt du auf mich okay johnny warum hast du den k umgebracht ich ähm 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 deswegen ihr werdet mich niemals finden für das gute karamari aber nicht sobald doch nur irgendjemand in diesem traum reinkommt ist er tot also johnny schon mal nicht ja das hast du sehr gut erkannt die k die k lebt ja wieder die k lebt ja wieder ja johnny is proven johnny ähm nein so hi wir müssen skywalker finden ich weiß wo er ist aber ich glaube nicht dass er glaubst du wieso sollte er sich sonst verstecken was skywalker ist ja da weiß man nie ich kann ich kannte dieses versteck hi 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 ich hab ein Brick mehr da nie wieder in den Boxen Eile weißt du was sind wir die einzigen die noch leben ne Brick auch ah ok dann helfe dir die Tut ihn zu töten ok ach bleib einfach da du der weiß nicht wo du bist ne ich helfe dir ihn zu töten ok äh Casino Raum ok bist du tot? alter alter du kannst doch jetzt nicht noch mal wiederbeleben äh man genau da geht die Muni aus alter ich hab gar nichts verstanden warum geht denn auf die Muni das ist die Johnny Methode Brick ja die ist schlecht was erwartest du? Johnny ist das nächste mal einfach zum abschluss freigegeben sag ich jetzt mal ok Brick ist zum abschluss freigegeben wer stimmt dafür? ich ähm warum? bei bei Johnny auch Johnny auch also Brick ist zum abschluss freigegeben Johnny verbünden wir uns ja das ist aber spannend Leute ne ok 3 minus 2 äh Jungs Brick und Johnny sind zum abschluss freigegeben egal welche rohle da so drauf ne das ist ein neuer Modus das ist ein neuer Modus ach scheiße auf diese Map haben wir auch schon ne Menge Scheiß genommen da ist Johnny hier ist Johnny Peter Ise verfolgt mich einfach ach das war die Map mit den Fake-Shop-Guns Johnny wir müssen sie ausschalten raus ich muss kacken ich muss kacken hey erschießt ihr euch grad wirklich gegenseitig? ich weiß nicht was die machen wer lebt überhaupt noch? alle? nehm ich an ähm das ist ne falsche Vermutung das ist ne falsche Vermutung das ist ne falsche Vermutung NAAA NAAA Stänzer trich dich ab hm wer lebt denn nicht mehr? ich weiß es nicht wer nicht mehr lebt ähm Johnny ah wirklich ich hab's euch gezogen ich hab's euch gezogen ich hab's euch gezogen ja dann nur noch Krieg ne stimmt Dk keine Sorge wir wissen du bist Traitor was? ja ach so ist doch wir bringen uns selber um ich bin torrisch Dk ist übrigens nicht Traitor hm Eel ist Traitor Eel ist Traitor Eel ist Traitor Brick ist auf jeden Fall mein nicht Traitor ja das ist ja schon Eel Och Brick ich habe erstaunlich viel kamer muss ich sagen so weit kommt es noch ich habe viel kamer gewesen sein keine ahnung das haben sie gesagt weil du dich rausgehalten du hast. Hi Johnny, lass mich mal kurz hier so gewinnst du immer an seine Traitor komm mal rein komm jetzt rein komm öhm ich mach noch nirgendschuss was ich bin im Whirlpool gefangen komm rein, komm rein. Oh ich bin nicht mehr gefangen wenn ich Traitor bin sag ich auch immer davon, dass Traitor bin das wird ne lustige Runde Ja, es wird ne sehr lustige Runde. Was macht ihr? Was macht ihr? Johnny! Es ist 2! Johnny, da... Der macht ihr das immer noch, oder was? Ja, wenn du... Ich hab dafür von ne Freundin wirklich Sklaven, okay? Die macht das für mich. Okay, da brauch ich kein Mann dafür. Bitte was, Johnny? Was Sklaven? Tut mir leid. Blum, bitch. Das ist DK. Also ne ganz dumme Frage, Jungs. Was für die Muni brauch ich mit... Bitte was? Ja, ich hab die Retour, Kutsche. Ich hab die Retour, Kutsche. Okay, okay, okay. Jungs, jetzt hörma auf. Jetzt hörma auf. Jetzt hörma auf mit dem Scheiß. Komm einfach auf mit dem Scheiß. Die Runden werden sonst ein bisschen langweilig. Die Runden werden nicht langweilig. Die Runden sind sofort oben, bevor sie angefangen haben. Nicht unbedingt. So, jetzt ist der Katrin. Stimmt, der wurde noch nicht getötet. Stimmt. Aber die hat sie auch einfach rausgehalten. Ja, danke. Hm? Ich sag... Ich sag... Die Kamer sind scheiße, Ele. Schäm dich. Böder, Ele. Alter. John, hast du Ele umgebracht? Nein, Ele nicht. Ach so, Ele hat dich umgebracht. Das ist... Das ist legitim. Hm. Ja, blöd gelaufen. Hm, ja. Ich unterstütze dich. Ich weiß, du bist tra... Wir töten jetzt Prick gemeinsam. Okay. Und danach töte ich mich selbst, okay? Okay. Für nicht, dass du mich tötest. Hast du irgendwie ein Defi für mich, dass ich das wiederbeleben kann? Mann! Er war Traitor? Ja. Okay. Das ist doch scheiße, wenn ihr die ganze Zeit einen jagt. Ja, jetzt lachen wir's. Die Karl ist jetzt auch mal gestorben. Jetzt habt ihr meinen Zorn aber. Was? Ich versteh ja gar nicht mehr. Ich geh mich jetzt verstecken. Ich hab keine Lust mehr. Das wär jetzt tödlich für dich gewesen, Brick. Ja, ich weiß. Johnny, wir müssen ein Bündnis wieder schließen. Oh, Mann! Ich kann also was machen. Juhu. 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 Es macht also keinen Spaß, mit euch zu spielen. Nee, so leiser ist es echt nicht mehr lustig. Aber echt. Scheiße. Ich kann die ganze Zeit meine Waffen neu holen. Edel, du kamst so bedrohlich auf mich zu. Tut mir leid. Bedrohlich? Ich bin einmal vom Beigelaufen. Nein, du musst auf mich zugelaufen. Ich bin jetzt wieder ordentlich im Lauber. Bitte? Ja, hoffentlich jetzt. Bin innocent, aber ich weiß nicht. Du bist innocent? Anscheinend keinen mehr. Ja, eigentlich bin ich innocent, aber... Eigentlich. Ja, ich weiß nicht, ob ich Bock drauf habe. Eigentlich ist ja so eine Waffe. Skywalker hat wieder so eine Stammrolle, wie ich sehe. Nicht abschießen. Nein, nicht abschießen. Ist Skywalk zum Abschluss freigegeben? Nein. Warte. Warte. Wir hören, ob da gerade einer hinter der Tür ist. Ähm. Wer ist da gerade Pete Smith? Ich auf jeden Fall nicht. Nicht einfach nicht. Ist das jetzt der Traitor oder ist das Skywalker? Ich auf jeden Fall nicht. Okay, Johnny ist tot. Skywalker ist es. Ja, ja genau, Skywalker ist es. Ja, mit Pete Smith. Achso, das meinst du. Aber ich höre das irgendwie nicht. Ich höre das die ganze Zeit, ich weiß aber nicht von wo. Achso, hast du meine Tanz-Einlage gesehen? Ja. Ich mach mal wieder Licht. Licht aus. Ist ja gut. Das ist geil, aber was machst du? Disco. Boom, 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 boom. Mach mal schnell an und aus. Ah, jetzt höre ich auch. Okay, von dem Irren halte ich mich fern. Lass es, DK. Ich hab auch das Fenster zu. Eine Leute, was macht ihr? Alter, DK. Ja. Dig hat auf mich geschossen. Ich mach ne Lasershow. Ich will mich nur verstecken. Ich hab zwei Arten, ne? Licht an. Ich sag dir Licht an. Traitor wärst du sofort, wenn du das Licht anmachen. Nein. Dann halt auf die altmodische Art. Was? Was kannst du eigentlich? Nein! Ist das grad eine extrem schlechte Ballerei gewesen? Das war... Einfach mal in den rumballern. Ja, schön, Brick. Da war kein Hauch von Elm zu spüren. Kein Hauch von Elm zu spüren. Ah. Töte ich mich nicht. Ich töte dich damit. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Nee, ist richtig. Falsche Richtung. Und die Runde ist noch nicht vorbei, hä? Die Runde ist noch nicht vorbei, hä? Doch, ist sie. Ah, krank. Fand ich übrigens sehr gut, dass du mit dem GLP angekommen bist. Der macht nämlich praktisch null Schaden. Was ist ein Shotgun? Nee. Neeeuuu. Neeeuuu. Was? Fliegst du mal wieder mit der Chaos eher? Neeeuuu. Wie offen ist Skywalker eigentlich Detektiv heutzutage? Hey, 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 Johnny. Ich glaub in 90% der Runden war er Detektiv. Hey, Johnny. Wenn ich tot bin, ist es Johnny. Hey, Johnny. Wenn ich tot bin, ist es Johnny. Hey, Johnny. Wenn ich tot bin, ist es Johnny. Hey, Johnny. Wenn ich tot bin, ist es Johnny. Wenn ich tot bin, ist es Johnny. Wenn ich tot bin, ist es Johnny. Ich glaub bei D.K. ist irgendwas durchgebrannt. Hä? Wirklich? Hey, ich bin im Dunkeln. Ich komm hier sonst mit dem Lichtschwerd an. Nein, wir müssen heute Energie sparen. Hey, äh, du hast bei mir kein... Alter Skywalker! Bleiben Sie auf Distanz! Okay, das ist auch eine Möglichkeit. Was ist da gerade passiert? Wieso tötergebig? Ich bin Detective. Wir sind eh noch... Leute... Johnny, bleib doch noch kurz da drin, ne? Das ist schön verwahren. Wieso töltet ihr mich? Ähm... Verdammt. Ach doch nicht. Wieso habt ihr mich angeschossen? Weil du plötzlich auf mich geschossen hast. Also du hast mich geschlagen. Ich hab nicht auf dich geschossen, ich hab dich geschlagen. Ja, das ist... Nein, ne? Doch, genau. Du hattest Brick angeschossen. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, ähm... Dann schieß ich halt auch mal auf den Detective, wenn der halt meinen Leute anbadern zu müssen. Ja. Ja. Ja.